Weg, B5 nicht nochmal nennen, 013-7901-0203. Wer jetzt wieder eine der hier eingeblendeten Leitungen erwischt, ist da. Österreich 0901 050355, die SMS an die 901020. Ab! Achtung! Jetzt! So, Runde 2 gestartet. Eine Gewinnerin hatten wir, sie können der Nächste sein. Wer was hat, sie können es direkt probieren. Wer etwas hat, kann es hier gerne direkt probieren. Das kann, wie gesagt, wie eben ein Versuch sein, kann auch der zweite, dritte sein. Kann sein, es klappt nicht, möchte es auch immer wieder dazu gesagt haben. Schon wieder SMS, Wahnsinn, sehr gut, hallo? Ja, lieber Heinz, ich nehme die Cäsar 1, da geht das Nabel nicht auf. Ja, und wie oft probiert, jetzt ist Qualität ein bisschen schlecht, aber... O-öblich. Wir müssen gleiche Koch vielerло. Was da überhaupt da nicht daboys know? Und jetzt climbs